Guten Morgen, liebe Zuschauer. Es ist mal wieder Zeit, einen Kurzfilm zu machen. Ich sitze in den Masuren. Das Wetter schön, das Gras wächst. Es hat zuletzt geregnet. Jetzt habe ich mal wieder Zeit, nach draußen zu kommen, ein bisschen zu arbeiten und zu entspannen. Natürlich lässt mich die Politik nicht aus ihren Fängen. Es gibt im deutschen Fernsehen genügend Material und Beiträge, über das man sich aufregen muss. Eins von diesen Themen ist die Behauptung, Russland sei ein ökonomischer Zwerg, Putin werde den Krieg nicht lange durchhalten, man steht kurz vor der Zahlungsunfähigkeit und so weiter und so fort. Also viele ökonomische Behauptungen, die einfach nicht wahr sind. Und was macht der Zuschauer? Ja, der lässt das auf sich einwirken, hat aber meistens nicht die verschiedenen Instrumente, um das zu prüfen. Als Altökonom, der sich Jahrzehnte mit wirtschaftlichen Fragen gefasst hat, will ich Ihnen ein bisschen unter die Arme greifen. Ich bin auch nicht allwissend. Zum Thema Russland ist ein ökonomischer Zwerg, hat sich schon Helmut Schmidt seiner Zeit geäußert, als er sagte, die Sowjetunion sei Oberwolter, also ein Land in der Sacherzone Afrika, mit Atomraken. Dem ist nicht so, wenn wir einfach nur die einfachsten Instrumente und analytischen Vorgehensweisen herabziehen. Wenn man das jetzt aufgreift, würde man vielleicht auf die Idee kommen und sagen, Russland ist vielleicht eine Kategorie schwächer als Nordkorea, die Kochtöpfe sind leer, man hat Atomraketen, rüstet und kann sich das gar nicht leisten, das Volk leidet. Ich fange mal jetzt hier damit an, zu fragen, was ist denn eine Wirtschaftskraft eines Landes? Kann man dann die Wirtschaft messen, die Stärke der Wirtschaft messen? Und hier muss ich Sie sofort enttäuschen, es ist nicht eindeutig. Weil es sehr viele Indikatoren gibt, die ich jetzt hier gleich nenne, nicht alle, nach denen man zu unterschiedlichen Aussagen kommt. Es werden auch verschiedene Messmethoden für den gleichen Indikator verwendet, was noch die Sache erschwert. Das ist so, wie bei einem Fußballspieler, der hat verschiedene Stärken und Schwächen. Und so ist es bei der Wirtschaft. Ein Fußballspieler kann schnell sein, kann gelenkig sein, kann gut mit dem Ball umgehen. Im Endeffekt kommt es aber darauf an, wie viel Tore er schießt. Also, wer im Fußball gut ist, ist auch eine Bemessungsfrage oder eine Anschauungssache. Dein Gegen, nur mal als Beispiel aus dem Sport, wäre ein Leichtathlet, ein Weitspringer, eindeutig zu bewerten, wenn einer 8,42 Meter springt und der andere nur 8,20 Meter ist der erste Messer. Das ist hier eindeutig. Also, bei der Wirtschaft gibt es keine eindeutige Aussage. Nichtsdestotrotz müssen wir uns dem Thema nähern. Da wird immer an erster Stelle das BIP, Bruttoinlandsprodukt, genannt. Das BIP ist eine Einkommensgröße. Es ist keine Vermögensgröße, eine Einkommensgröße. Das, was wir privat verdienen, wird jetzt übertragen auf einen Staat und man fragt, was verdient, was erwirtschaftet ein Staat. Das Erwirtschaften hat nicht unbedingt etwas mit Arbeiten zu tun, weil man kann ja auch Fehlleistungen produzieren. Ich denke jetzt hier nur an den Berliner Flughafen, da wurde viel gearbeitet und es kam unter dem Strich ein Verlust raus. Aber beim BIP rechnen wir alle Mehrwerte, alle positiven Beiträge, also alle Gewinne der Unternehmen und alle Löhne der arbeitenden Bevölkerung zusammen und haben eine Gesamtzahl. Ja, die Frage ist, wie wird denn das BIP gemessen? Natürlich in den Währungen eines Landes. Und jetzt kommt die große Frage, in welchen Währungen? Es ist klar, an erster Linie steht der Dollar. Man rechnet also das BIP nominal in umgerechneten Wechselkursen des Dollars. Wenn wir jetzt hier das BIP Deutschland in Dollar messen möchten, müssten wir den Euro in Dollar umtauschen. Und das Gleiche wird bei anderen Währungen genommen. Ganz konkret auf Russland bezogen, der Rubel wird nicht nominal berechnet, dann würde er massiv schwanken. Einmal war er 140 Rubel für einen Dollar, heute ist er 70, 80. Also das heißt ja nicht, dass das BIP-Rust an sich eine Doppeltatung ist. Die Schwankungen der Währungen sind in der Kaufkraftbarität allerdings nicht präsent. Und wenn wir jetzt die beiden Methoden vergleichen, nominal und nach der Kaufkraftbarität, kommen wir zu ganz unterschiedlichen Aussagen. Nominal wäre Russlands BIP bei 150 Millionen Einhohner auf Platz L. Man kann sich das kaum vorstellen, dass so ein riesiges Land hinter Nordkorea steht. Nein, sorry, hinter Südkorea steht. Und auch hinter Italien oder Kanada, also es ist mit Sicherheit hier eine Korrektur abzubringen. Also nach der normalen Methode des Nominaldollars sind es, ist es der Platz L. Nehme ich allerdings die Kaufkraftbarität, komme ich auf den Platz 6. Vor Russland steht dann China, USA, Indien, Japan und Deutschland. Im ersten Fall, die Rechnung nach dem Nominaldollar, kommen wir auf ein BIP von 1,6 Milliarden. Nach der Kaufkraftbarität Dollar sind es allerdings schon 4,1 Milliarden. Also Sie sehen, da zwischenliegen die Welt, das Zweieinhalbfache, genauer gesagt. Und hier komme ich auf den nächsten Punkt. Es hat sich herausgestellt, dass alle großen Schwellenländer nach der Kaufkraftbarität-Methode wesentlich besser dastehen als die großen westlichen Nationen. Beispielsweise Indien, das ich schon genannt habe, wäre jetzt mit 10 Billionen US-Dollar nach Kaufkraftbarität. Auf Platz 3, nach der Nominalmethode, ist es erst auf Platz 6 und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe euch das erklärt und wir wollen dieses Thema nicht mehr weiter in die Länge ziehen. Zum nächsten Punkt komme ich jetzt, indem ich auch euch mal sage, wie sieht dann jetzt die Zukunft aus. Da fragen wir nach den Wachstumsraten, nach der Entwicklung, nach dem Tempo, mit dem die Wirtschaft wächst. Und hier haben wir wegen dem Ukraine-Krieg natürlich ein klares Bild. USA gewinnen, die werden wahrscheinlich um 3% mehr erwirtschaften im Jahre 2022. Die EU ist durch diese Sanktionitis total runtergerutscht. Auch nach Corona wird es wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr als 1% sein, vielleicht sogar ein Nullwachstum. Ja, und Russland wird natürlich wegen der Kriegskosten massiv einbrechen. Aber es ist kein Untergang. Experten rechnen mit 8,5% Minus und mit Experten meine ich die Wirtschaftsfachleute vom IWF und von anderen Instituten wie Weltbank oder OECD. Also, wie wir sehen, wir können festhalten, Russland ist kein ökonomischer Zwerg und wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Krieg hin, schwache Rummel her. Russland wird allerdings relativ verlieren, so auch wie der Westen gegenüber Schwellenländern. Hier nenne ich ihn beispielsweise Indonesien oder Brasilien. Das sind die neuen Stars, die mehr BIP erwirtschaften werden. Aber nur aufgrund des Bevölkerungswachstums. So ein Land wie Indonesien hat jetzt hier mittlerweile schon 250 Millionen Einwohner. Brasilien 220, auch Mexiko wächst stark. Und diese Länder steigen jetzt hier ihre Wirtschaftskraft insgesamt. Prokop muss das nicht so sein. Prokop ist es ja auch nicht entscheidend, wie reich ein Land ist. Also, wenn ich jetzt hier die Prokop Weltmeister nehme, wird Schweiz und Luxemburg vorne stehen und nicht USA und China. Also, dieses Thema ist von der Seite auch gut zu verstehen. Vielleicht nochmal, nur als Appetitanreger, ein Hinweis auf den zweiten Indikator, das Vermögen eines Landes. Und hier gibt es verschiedene Bereiche, wo ich die Vermögensgrößen und Ressourcen messe. Also, das wäre zum Ersten das Finanzvermögen, dann das Sachvermögen und zum Schluss die Bodenschätze. Finanzvermögen ist im Grunde genommen das, was man an Vermögen angesammelt hat. Beispielsweise die Japaner haben da im Laufe der Jahrzehnte als ganz fleißige Spare viel angesammelt. Die westlichen Industrieländer sind natürlich hier beim Finanzvermögen führend, weil sie durch ihre Wirtschaftskraft, durch den Kapitalismus, die Zeit hatten, das Vermögen aufzubauen. Die danach kommenden Schwellenländer, die höheren Schwellenländer, hatten diese Zeit nicht, wohnt aber auch massiv nach. Man sieht, wie viele Milliardäre es auf der Welt gibt. Da sind es nicht nur US-Amerikaner, da rücken auch schon mal Chinesen heran und auch Mexikaner. Und hier bei dieser Gelegenheit auch ein Hinweis, Russland ist ja auch nicht führend. Die Oligarchen, ich glaube der reichste Russe, ist irgendwo auf Platz 50. Die Oligarchen sind also nur relativ reich. Beim Sachvermögen muss man direkt sagen, hier geht es um die Infrastrukturinvestitionen, Flotten, Flugzeuge, Fabriken, da gibt es allerdings keine Statistiken. Hier kann man dazu eigentlich wenig sagen. Dann bleibt noch zum Schluss der Faktor, die Bodenschätze. Und hier muss man ganz klar sagen, die Russen führen da eindeutig. Es wird eine Zahl von 75 Billionen US-Dollar genannt. Und damit sind sie eindeutig auf Platz 1 von den USA mit ungefähr 35 bis 40 Billionen. Aber dieses Vermögen steckt an der Erde und kann vielleicht als Wirtschaftsgrad nicht so direkt genommen werden, weil ja der Mensch hat hier nichts geleistet zum nächsten Mal. Er ist der Besitzer. Dann müsste man auch so einige Staaten wie Saudi-Arabien, die als Rentierstaaten genannt werden, auch jetzt hier ganz nach vorne schieben. Aber wie gesagt, das wäre jetzt ein Thema für einen nächsten Film. Gleich zum Schluss wollte ich Ihnen nochmal sagen, wo können Sie sich über diese Sache informieren? Das ist ja eine Geschichte, die nicht alltäglich in den Zeitungen vorkommt und schon gar nicht in unseren Printmedien, in unseren korrekten Medien. Da haben die Leute einfach opportunistisch sich für das bequeme Leben entschieden. Wenn jetzt hier jemand behauptet, Russland geht bald pleite, trotz mehrer Milliarden Finanzvermögen, auch nach der Kappung durch die westlichen Länder, der weiß es mit Sicherheit besser. Aber wenn er bei der ARD arbeitet und vielleicht ein Zehner nach Hause bringt, einen sicheren Job hat, an die Altersversorgung immer nicht denken muss, der wird natürlich jetzt hier sagen, gut, ich sage mal das, was man von mir verlangt. Viele Helden gibt es nicht auf der Welt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich bei der Bank gearbeitet habe, hat man auch Finanzprodukte gelobt, die eigentlich Schriftpapiere waren und die Antwort, wenn man unter den Kollegen kritisch einige an den Drange stellen wollte, der sagte, was wollt ihr? Ich habe Kinder. Ich habe zwei Kinder, die muss ich ernähren. Wenn ich jetzt hier nicht sage, was die Chefs von mir verlangen, dann kann ich mir einen neuen Job suchen oder Belege sortieren. Klar, einige, die zwei Kinder hatten dann natürlich so gesprochen und so die Finanzprodukte gelobt, als ob sie vier hätten. Aber ich will jetzt zu den Quellen kommen, die ich euch empfehlen kann. Ich hatte seinerzeit auf einem Portal, der heißt Wall Street Online, sehr viele Artikel geschrieben, über Russland, China, die Emerging Markets, das werden so ungefähr gut 30 sein. Die werde ich hier in diesem Film einstellen, die wichtigsten, sodass ihr euch selber informieren können. Ich würde sagen, wir würden jetzt hier gut tun, an dieser Stelle Pause zu machen. Das nächste Mal juckt es mir ein Film über die Fake-Information, das Russland zahlungsunfähig ist, zu machen. Und da habe ich auch schon einiges vorbereitet. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.